Yeah, ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Sanken Land. Heute werden wir uns 10 Basen angucken. Und wir können dann zusammen entscheiden, welche unsere Lieblingsbase davon ist. Ist auf jeden Fall mega krass, was ich heute für Basen hier zeige. Ich hatte leider noch keine Zeit bei den 100 Tagen, mich richtig krass um eine Base zu kümmern. Ich gehe aber davon aus, dass die Leute, besser gesagt, die Basen, die wir heute sehen, die haben alle Angriffe aus. Würde ich so vermuten. Aber gut, ist nur eine Vermutung. Wir gucken sie uns an und werden sie bewerten. Und ja, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und zu liken. Und dranbleiben lohnt sich, weil ich habe wirklich Sahnestücke rausgesucht. Okay, let's go rein ins Video. Ja, fangen wir mal mit diesem guten Stück an. Der Bruder hat sich gedacht, ich nehme mir einfach mal das Landstück und stelle mir hier die ganzen Geräte auf. Finde ich die Idee, finde ich absolut nicht schlecht. Weil es schon ziemlich, ja, vom Optischen her vorher schon geil aussieht. Und das kann man natürlich richtig gut nutzen für seine Base. Und er hat sich einfach einen Laden genommen und musste natürlich nicht mehr allzu viel selbst bauen. Er musste das noch ein bisschen designen. Aber an der Stelle, die finde ich schon krass. Gefällt mir ganz gut. Hat er cool gemacht. Ja, wenn dir die gefällt, schreib gerne die 1 in die Kommentare. Dann ist das deine Lieblingsbase. Wir gucken uns mal die nächste an. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Bruder, der auf richtig Nummer sicher geht. Ihr seht unten schon, wie viele Barrikaden er da aufgestellt hat. Unten sieht man dann auch, dass er da angebaut hat. Oh, das war ein bisschen schnell. Einmal eben wieder zurück. Ja, da sieht man auf jeden Fall, da hat er irgendwie eine Leiter hingestellt. Weiß ich nicht warum. Er hat da auch unten angebaut und hier nochmal von innen. Ich muss sagen, gut, definitiv. Mega krass, das alles so hochzubauen. Hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Kann man sagen, was man will. An Tag 54. Hm, not bad. Ja, und wenn das deine Lieblingsbase war, dann schreibst du die 2 in die Kommentare. Aber erstmal gucken wir uns die nächste an. Da haben wir sie schon und von der bin ich sehr, sehr beeindruckt vom Optischen her. Er hat hier auch ein kleines Landstück genutzt, wo schon das Häuschen da stand. Ist gar nicht so doof, weil es einfach optisch mega gut aussieht. Und hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das wirklich, ja, was soll ich dazu sagen? Also die Bilder, die sprechen ja für sich. Also der hat auf jeden Fall ein Auge fürs Detail. Muss man ihm auf jeden Fall lassen. Kann man nicht anders sagen. Ja, sehr, sehr beeindruckt. Von manchen habe ich mehr Bilder. Von manchen habe ich leider weniger Bilder. Von dieser Base habe ich ziemlich viele gehabt. Da auch gerade die Frau an der Stange ultra, ultra gut gemacht. Muss man ihm lassen. Sieht einfach geil aus. Hat was. Gefällt mir sehr gut. Ja, na, und wenn das deine Lieblingsbase ist, schreibst du natürlich die Nummer 3 in die Kommentare. Aber wir warten noch ab. Es kommt noch mehr. Ja, von dieser Base gibt es tatsächlich auch nur dieses eine Bild. Ähm, es war wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Aufwand, das Ding zu bauen. Ähm, ich habe es nur noch nicht so ganz verstanden, weil wie gesagt, es gibt leider nur dieses eine Bild. Aber ich wollte es einfach mal zeigen, weil, äh, die Arbeit war schon krass. Definitiv. Na ja, wenn das auf jeden Fall deine Lieblingsbase ist, schreibst du natürlich die 4 in die Kommentare. Und weiter geht's. Ja, der Bruder hat sich auf jeden Fall auch viel Mühe gegeben. Jetzt hat er hier noch die Umzugskiste in der Hand und ein bisschen hungrig ist er auch. Aber er hat sich auf jeden Fall eine schöne Fläche gebaut. Ein kleines Haus sozusagen mit der Glas, äh, ja, mit der Glaswand, sag ich jetzt mal. Hier sehen wir auch, er hat auf jeden Fall auch schon das Motorboot. Und ist an Tag 53, ja, nicht schlecht. Also die Base, die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Kann man sagen, was man will. Der hat sich auf jeden Fall auch viel Mühe gegeben. Er kann das da auch abschließen, wo seine Boote sind oder zumachen, besser gesagt. Und hat was. Wenn das deine Lieblingsbase ist, schreibst du natürlich die Nummer 5 in die Kommentare. Ja, und ab in die nächste. Wo ist sie denn? Ja, genau. Die finde ich auch sehr, sehr wild. Er hat sich hier tatsächlich eine Kampfarena gebaut. Ich denke, wenn er angegriffen wird, wieder die Türen aufmachen und dann laufen die da rein. Ist eigentlich sehr, sehr intelligent. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann könnte er auch reinspringen und gegen die kämpfen. Oder halt eben in PvE kann man da natürlich Kämpfe machen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ja, wenn das natürlich deine Lieblingsbase ist, schreibst du natürlich die Nummer 6 in die Kommentare. Mal schauen, was Nummer 7 sagt. Und zwar haben wir hier auch einen Entenliebhaber. Ja, das war der erste Gegenstand, den ich auch gefunden habe. Finde ich auch sehr cool. Und er hat sich wirklich designtechnisch sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem Aquarium hier und auch mit dem Tisch und der Teppich. Das passt einfach alles ultra, ultra gut zusammen. Ja, was soll man da sagen? Okay, er ist auch schon Tag 101 wild. Also hier ist so eine richtige Küche. Hier noch so ein kleiner Flur. Wirklich viel Zeit und Liebe reingesteckt. Hier auch nochmal ein Aquarium da vor den Glasscheiben. Wild. Absolut krass. Geil. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wirklich. Er hat das alles auch farblich echt gut abgestimmt. Kann man sagen, was man will. So, ja, wenn das natürlich deine Lieblingsbase ist, schreibst du die Nummer 7 in die Kommentare. Jawohl, schauen wir mal bei 8 rein. Ja, der Bruder hat hier auf jeden Fall, oder die Schwester, man weiß es ja gar nicht, hat auf jeden Fall hier auf Anbauen geachtet. Finde ich auch sehr, sehr gut. Da kommt man schnell mit voran, wenn man so viel Platz zum Anbauen hat. Und dann so eine Fläche mit oben. Hier, genau. Also da muss ich sagen, abwehrtechnisch von hier oben runter ballern. Natürlich mega, mega krass. Kann man sagen, was man will. Sieht auch wirklich cool aus. Er hat das Gebäude genutzt, um das zu machen. Ja, war ich auch schon überlegen, ob ich da meine Base baue. Aber nee, wir machen das woanders. Hier sieht man auch mal wieder, da hat sich auch wieder einer dick Mühe gegeben. Mit diesen ganzen, ja, mit den Designs und so weiter. Das hätte alles ein bisschen schöner gekonnt. Ja, gebe ich zu. Aber trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut. Ja, das geht natürlich alles ein bisschen in dieselbe Richtung. Man braucht ein bisschen mehr Tabetenfarbe und, und, und. Ansonsten sehen die Basen natürlich fast alle gleich aus. Tja, gut. Das haben wir schon gesehen. Ja, wenn das deine Lieblingsbase ist, schreibst du natürlich die Nummer 8 in die Kommentare. So, dann haben wir noch Nummer 9. Und Nummer 9 dachte sich, ich mache mal eine Kneipe auf. Ähm, ja. Sieht sehr gemütlich aus. Würde ich auch mal gern ein Bierchen trinken gehen. Und, muss ich auch sagen, endlich sieht mal, ja, das Design ein bisschen anders aus. Er hat es auf jeden Fall gut umgesetzt. Ähm, die ganzen Sachen, ja gut. Die Tapete, die nutzen natürlich alle, weil es anscheinend, ähm, ja, das die schönste Tapete ist. Naja, wir werden es noch sehen, wenn ich dann endlich mal so weit bin. Das, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. So viele Ofen braucht man einfach, ähm, um schnell voranzukommen. Das ist echt ultra wichtig in Sankt Land. Von außen natürlich, ja, weiß ich nicht. Ja, ich sage es einfach, hässlich. Riesengroß, aber hässlich. Hm, ja. Was soll ich dazu sagen? Naja, wenn das deine Lieblingsbase war, schreibst du natürlich die Nummer 9 in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu der Nummer 10. Und Nummer 10, ja, da habe ich leider nur dieses eine Bild. Was ich aber trotzdem zeigen wollte, weil der war auch gar nicht so doof. Er hat einmal komplett rum die Treppen so hoch gemacht, dass die gar nicht da lang kommen. Ähm, gut. Ab Tag 50 sind die so stark. Zwei Schläge und die Treppe ist weg. Ähm, aber okay. Trotz alledem sieht die sehr, sehr krass aus. Gefällt mir ganz gut. Ich hätte gerne noch mehr davon gesehen. Ja, wenn das deine Lieblingsbase war, schreibst du natürlich die Nummer 10 in die Kommentare. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir hat, hm, 8 tatsächlich am besten gefallen. Ähm, ja, es ist zwar bei den Gebäuden gebaut, aber vom ganzen, ja, Design her und von der Verteidigung her hat mir das wirklich bisher am besten gefallen. Ja, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare, welche Base euch am besten gefallen hat oder welche Base dir am besten gefallen hat. Und ihr schreibt auch gerne mal rein, wie weit ihr momentan seid mit eurer Base. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Nordmann. Ja, 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 ja Bis zum nächsten Mal.